Luischen von Thomas Mann Es gibt Ehen, deren Entstehung die belledristrisch geübteste Fantasie sich nicht vorzustellen vermag. Man muss sie hinnehmen, wie man im Theater die abenteuerlichen Verbindungen von Gegensätzen wie Alt und Stupide mit Schön und Lebhaft hinnimmt, die als Voraussetzung gegeben sind und die Grundlage für den mathematischen Aufbau einer Posse bilden. Was die Gattin des Rechtsanwalts Jakubi betrifft, so war sie jung und schön, eine Frau von ungewöhnlichen Reizen. Vor, sagen wir einmal, 30 Jahren war sie auf die Namen Anna, Margarete, Rosa, Amalie getauft worden, Aber man hatte sie, indem man die Anfangsbuchstaben dieser Vornamen zusammenstellte, von jeher nicht anders als Amra genannt. Ein Name, der mit seinem exotischen Klange zu ihrer Persönlichkeit passte wie kein anderer. Denn obgleich die Dunkelheit ihres starken, weichen Haares, das sie seitwärts gescheitelt und nach beiden Seiten schräg von der schmalen Stirn hinweg gestrichen trug, nur die Bräune des Kastanienkernes war, so zeigte ihre Haut doch ein vollkommen südliches, mattes und dunkles Gelb, und diese Haut umspannte Formen, die ebenfalls von einer südlichen Sonne gereift erschienen, und mit ihrer vegetativen und indolenten Üppigkeit an diejenigen einer Sultanin gemahnten. Mit diesem Eindruck, den jede ihrer begehrlich trägen Bewegungen hervorrief, stimmte durchaus überein, dass höchstwahrscheinlich ihr Verstand von Herzen untergeordnet war. Sie brauchte jemanden ein einziges Mal, indem sie auf originelle Art ihre hübschen Brauen ganz waagerecht in die fast rührend schmale Stirn erhob, aus ihren unwissenden braunen Augen angeblickt zu haben, und man wusste es. Aber auch sie selbst. Sie war nicht einfältig genug, es nicht zu wissen. Sie vermied es ganz einfach, sich blößen zu geben, indem sie selten und wenig sprach, und ging eine Frau, welche schön ist und schweigt, es nichts einzuwenden. Oh, das Wort einfältig war überhaupt wohl am wenigsten bezeichnend für sie. Ihr Blick war nicht nur töricht, sondern auch von einer gewissen lüsternen Verschlagenheit, und man sah wohl, dass diese Frau nicht zu beschränkt war, um geneigt zu sein, Unheil zu stiften. Übrigens war vielleicht ihre Nase im Profil ein wenig zu stark und fleischig, aber ihr üppiger und breiter Mund war vollendet schön, wenn auch ohne einen anderen Ausdruck als den der Sinnlichkeit. Diese besorgniserregende Frau also war die Gattin des etwa vierzig Jahre alten Rechtsanwaltes Jakobi. Und wer diesen sah, der staunte. Er war beleibt, der Rechtsanwalt. Er war mehr als beleibt. Er war ein wahrer Koloss von einem Manne. Seine Beine, die stets in aschgrauen Hosen steckten, erinnerten in ihrer säulenhaften Formlosigkeit an diejenigen eines Elefanten. Sein von Fettpolstern gewilbter Rücken war der eines Bären. Und über der ungeheuren Rundung seines Bauches war das sonderbare grüngraue Jäckchen, das er zu tragen pflegte, so mühsam mit einem einzigen Knopfe geschlossen, dass es nach beiden Seiten bis zu den Schultern zurückschnellte, sobald der Knopf geöffnet wurde. Auf diesem gewaltigen Rumpf aber saß, fast ohne den Übergang eines Halses, ein verhältnismäßig kleiner Kopf mit schmalen und wässrigen Äuglein, einer kurzen, gedrungenen Nase und vor Überfülle herabhängenden Wangen, zwischen denen sich ein ganz winziger Mund mit wehmütig gesenkten Winkeln verlor. Den runden Schädel sowie die Oberlippe bedeckten spärliche und harte hellblonde Bursten, die überall die nackte Haut hervorschimmern ließen, wie bei einem überfütterten Hunde. Ach, es mußte aller Welt klar sein, daß die Leibesfülle des Rechtsanwalts nicht von gesunder Art war. Sein in der Länge wie in der Breite riesenhafter Körper war überfett, ohne muskulös zu sein, und oft konnte man beobachten, wie ein plötzlicher Blutstrom sich in sein verquollenes Gesicht ergoss, um ebenso plötzlich einer gelblichen Blässe zu weichen, während sein Mund sich auf säuerliche Weise verzog. Die Praxis des Rechtsanwalts war ganz beschränkt, aber da er, zum Teile von Seiten seiner Gattin, ein gutes Vermögen besaß, so bewohnte das übrigens kinderlose Paar in der Kaiserstraße ein komfortables Stockwerk und unterhielt einen lebhaften gesellschaftlichen Verkehr. Lediglich, wie gewiss ist, den Neigungen Frau Amras gemäß, denn es ist unmöglich, dass der Rechtsanwalt, der nur mit einem gequälten Eifer bei der Sache zu sein schien, sich glücklich dabei befand. Der Charakter dieses dicken Mannes war der sonderbarste. Es gab keinen Menschen, der gegen alle Welt höflicher, zuvorkommender, nachgiebiger gewesen wäre als er. Aber ohne es sich vielleicht auszusprechen, empfand man, dass sein überfreundliches und schmeichlerisches Betragen aus irgendwelchen Gründen erzwungen war, dass es auf Kleinmut und innerer Unsicherheit beruhte und fühlte sich unangenehm berührt. Kein Anblick ist hässlicher als derjenige eines Menschen, der sich selbst verachtet, der aber aus Feigheit und Eitelkeit dennoch liebenswürdig sein und gefallen möchte. Und nicht anders verhielt es sich meine Überzeugung nach mit dem Rechtsanwalt, der in seiner fast griechenden Selbstverkleinerung zu weit ging, als dass er sich die notwendige persönliche Würde bewahrt haben konnte. Er war imstande, zu einer Dame, die er zu Tische führen wollte, zu sprechen, »Gnädige Frau, ich bin ein widerlicher Mensch, aber wollen Sie die Güte haben?« Und dies sagte er ohne Talent zur Selbstverspottung, bittersüßlich, gequält und abstoßend. Die folgende Anekdote beruht gleichfalls auf Wahrheit. Als der Rechtsanwalt eines Tages spazieren ging, kam ein rüder Dienstmann mit einem Handwagen daher und fuhr ihm mit dem einen Rade heftig über den Fuß. Zu spät hielt der Mann den Wagen an und wandte sich um, worauf der Rechtsanwalt, gänzlich fassungslos, blass und mit bebenden Wangen, ganz tief den Hut zog und stammelte. »Verzeihen Sie mir!« Dergleichen empört. Aber diese sonderbare Koloss schien beständig vom bösen Gewissen geplagt zu sein. Wenn er mit seiner Gattin auf dem Lerchenberge erschien, der Hauptpromenade der Stadt, so grüßte er, während er hier und da einen scheuen Blick auf die wundervoll elastisch daher schreitende Amra warf, so übereifrig, ängstlich und beflissen nach allen Seiten, als ob er das Bedürfnis empfände, sich demütig vor jedem Leutnant zu bücken und um Verzeihung zu bitten, dass er, gerade er, im Besitz dieser schönen Frau sich befinde. Und der kläglich-freundliche Ausdruck seines Mundes schien zu flehen, dass man ihn nicht verspotten möge. Es ist schon angedeutet worden. Warum eigentlich Amra den Rechtsanwalt Jakobi geheiratet hatte, das steht dahin. Er aber, von seiner Seite, erlebte sie. Und zwar mit einer Liebe, so inbrünstig, wie sie bei Leuten seiner Körperbildung sicherlich selten zu finden ist, und so demütig und angstvoll, wie sie seinem übrigen Wesen entsprach. Oftmals, spätabends, wenn Amra bereits in dem großen Schlafzimmer, dessen hohe Fenster mit faltigen geblümten Gardinen verhängt waren, sich zur Ruhe gelegt hatte, kam der Rechtsanwalt, so leise, dass man nicht seine Schritte, sondern nur das langsame Schüttern des Fußbodens und der Meblö vernahm, an ihr schweres Bett, kniete nieder und ergriff mit unendlicher Vorsicht ihre Hand. Amra pflegte in solchen Fällen ihre Brauen waagerecht in die Stirn zu ziehen und ihren ungeheuren Gatten, der im schwachen Licht der Nachtlampe vor ihr lag, schweigend und mit einem Ausdruck sinnlicher Bosheit zu betrachten. Er aber, während er mit seinen plumpen und zitternden Händen behutsam das Hemd von ihrem Arm zurückstrich und sein traurig dickes Gesicht in das weiche Gelenk dieses vollen und bräunlichen Armes drückte, dort, wo sich kleine blaue Adern von dem dunklen Torn abzeichneten, er begann mit unterdrückter und bebender Stimme zu sprechen, wie ein verständiger Mensch eigentlich im alltäglichen Leben nicht zu sprechen pflegt. Amra, flüsterte er, meine liebe Amra, ich störe dich nicht, du schliefst noch nicht. Lieber Gott, ich habe den ganzen Tag darüber nachgedacht, wie schön du bist und wie ich dich liebe. Pass auf, was ich dir sagen will, es ist so schwer, es auszudrücken. Ich, ich liebe dich so sehr, dass sich manchmal mein Herz zusammenzieht und ich nicht weiß, wohin ich gehen soll. Ich liebe dich über meine Kraft. Du verstehst das wohl nicht, aber du wirst es mir glauben und du musst mir ein einziges Mal sagen, dass du mir ein wenig dankbar dafür sein wirst. Denn siehst du, eine solche Liebe wie die meine zu dir hat ihren Wert in diesem Leben und dass du mich niemals verraten und hintergehen wirst, auch wenn du mich wohl nicht lieben kannst, aber aus Dankbarkeit, allein aus Dankbarkeit. Ich komme zu dir, um dich darum zu bitten, so herzlich, so innig ich dich bitten kann. Und solche Reden pflegten damit zu enden, dass der Rechtsanwalt, ohne seine Lage zu verändern, anfing leise und bitterlich zu weinen. In diesem Falle aber ward Amra gerührt, strich mit der Hand über die Borsten ihres Gatten und sagte mehrere Male in dem langgezogenen, tröstenden und murkanten Tone, in dem man zu einem Hunde spricht, der kommt, einem die Füße zu lecken. Ja, ja, du gutes Tier. Dieses Benehmen Amras war sicherlich nicht dasjenige einer Frau von Sitten. Auch ist es an der Zeit, dass ich mich der Wahrheit entlaste, die ich bislang zurückhielt. Der Wahrheit nämlich, dass ihren Gatten dennoch täuschte, dass sie ihn, sage ich, betrog, und zwar mit einem Herrn namens Alfred Leutner. Dies war ein junger Musiker von Begabung, der sich durch amüsante, kleine Kompositionen mit seinen siebenundzwanzig Jahren bereits einen hübschen Ruf erworben hatte. Ein schlanker Mensch mit keckem Gesicht, einer blonden, losen Frisur und einem sonnigen Lächeln in den Augen, das sehr bewusst war. Er gehörte zu dem Schlage jener kleinen Artisten von heutzutage, die nicht allzu viel von sich verlangen, in erster Linie glückliche und liebenswürdige Menschen sein wollen, sich ihres angenehmen kleinen Talentes bedienen, um ihre persönliche Liebenswürdigkeit zu erhöhen, und in Gesellschaft gern das naive Genie spielen. Bewusst kindlich, unmoralisch, skrupellos, fröhlich, selbstgefällig, wie sie sind und gesund genug, um sich auch in ihren Krankheiten noch gefallen zu können, ist ihre Eitelkeit in der Tat liebenswürdig, solange sie noch niemals verwundet wurde. Wer jedoch diesen kleinen glücklichen und mimen, wenn ein ernsthaftes Unglück sie befällt, ein Leiden, mit dem sich nicht kokettieren lässt, in dem sie sich nicht mehr gefallen können. Sie werden es nicht verstehen, auf anständige Art unglücklich zu sein. Sie werden mit dem Leiden nichts anzufangen wissen. Sie werden zugrunde gehen, allein das ist eine Geschichte für sich. Herr Leutner machte hübsche Sachen, Walzer und Mazurken zumeist, deren Vergnügtheit zwar ein wenig zu populär war, als dass sie, soweit ich mich darauf verstehe, zur Musik hätte gerechnet werden können. Würde nicht jede dieser Kompositionen eine kleine originelle Stelle enthalten haben, einen Übergang, einen Einsatz, eine harmonische Wendung, irgendeine kleine nervöse Wirkung, die Witz und Erfindsamkeit verriet, um deret Willen sie gemacht schienen und die sie auch für ernsthafte Kenner interessant machte. Oftmals hatten diese zwei einsamen Takte etwas wunderlich Wehmütiges und Melancholisches an sich, was plötzlich und schnell vergehend in der Tanzsaal Heiterkeit der Werkchen aufklang. Für diesen jungen Mann also war Amra Jakobi in sträflicher Neigung entbrannt und er seines Teils hatte nicht genug Sittlichkeit besessen, ihren Anlockungen zu widerstehen. Man traf sich hier, man traf sich dort und ein unkeusches Verhältnis verband seit Jahr und Tag die beiden, ein Verhältnis, von dem die ganze Stadt wusste und über das sich die ganze Stadt hinter dem Rücken des Rechtsanwalts unterhielt. Und was ihn, den Letzteren betraf? Amra war zu dumm, um an bösem Gewissen leiden und sich ihm dadurch verraten zu können. Es muss durchaus als ausgemacht hingestellt werden, dass der Rechtsanwalt wie sehr auch immer sein Herz von Sorge und Angst beschwert gewesen sein mag, keinen bestimmten Verdacht gegen seine Gattin hegen konnte. Nun war um jedes Herz zu erfreuen der Frühling ins Land gezogen und Amra hatte einen allerliebsten Einfall gehabt. Christian, sagte sie. Der Rechtsanwalt hieß Christian, wir wollen ein Fest geben, ein großes Fest, dem Neugebrauten Frühlingsbiere zu ehren. Ganz einfach natürlich, nur kalter Kalbsbraten, aber mit vielen Leuten. Gewiss, antwortete der Rechtsanwalt. Aber könnten wir es nicht vielleicht noch ein wenig hinausschieben? Hierauf antwortete Amra nicht, sondern ging sofort auf Einzelheiten ein. Es werden so viele Leute sein, weißt du, dass unser Raum hier zu beschränkt sein wird. Wir müssen uns ein Etablissement, einen Garten, einen Saal vom Tore mieten, um hinreichend Platz und Luft zu haben. Das wirst du begreifen. Ich denke in erster Linie an den großen Saal des Herrn Wendelin, am Fuße des Lerchenberges. Dieser Saal liegt frei und ist mit der eigentlichen Wirtschaft und der Brauerei nur durch einen Durchgang verbunden. Man kann ihn festlich ausschmücken, man kann dort lange Tische aufstellen und Frühlingsbier trinken, man kann dort tanzen und musizieren, vielleicht auch ein bisschen Theater spielen, denn ich weiß, dass eine kleine Bühne dort ist, worauf ich besonders Gewicht lege. Kurz und gut, es soll ein ganz originelles Fest werden und wir werden uns wundervoll unterhalten. Das Gesicht des Rechtsanwaltes war während dieses Gespräches leicht gelblich geworden und seine Mundwinkel zuckten abwärts. Er sagte, Ich freue mich von Herzen darauf, meine liebe Amra. Ich weiß, dass ich alles deiner Geschicklichkeit überlassen darf. Ich bitte dich, deine Vorbereitungen zu treffen. Und Amra traf ihre Vorbereitungen. Sie nahm Rücksprache mit verschiedenen Damen und Herren. Sie mietete persönlich den großen Saal des Herrn Wendelin. Sie bildete sogar eine Art von Komitee aus Herrschaften, die aufgefordert worden waren oder sich erboten hatten, mit den heiteren Darstellungen mitzuwirken, welche das Fest verschönern sollten. Dieses Komitee bestand ausschließlich aus Herren, bis auf die Gattin des Hofschauspielers Hildebrandt, welche Sängerin war. Im Übrigen zählten Herr Hildebrandt selbst, ein Assessor Witznagel, ein junger Maler und Herr Alfred Leutner dazu, abgesehen von einigen Studenten, die durch den Assessor eingeführt worden waren und Negertänze zur Aufführung bringen sollten. Acht Tage bereits nachdem Amra ihren Entschluss gefasst hatte, war dieses Komitee, um Rats zu pflegen, in der Kaiserstraße versammelt, und zwar in Amras Salon, einem kleinen, warmen und vollen Raum, der mit einem dicken Teppich, einer Ottomanen nebst vielen Kissen, einer Fächerpalme, englischen Ledersesseln und einem Mahagonitisch mit geschweiften Beinen ausgestattet war, auf dem eine Blühstecke und mehrere Prachtwerke lagen. Auch ein Kamin war vorhanden, der noch ein wenig geheizt war. Auf der schwarzen Steinplatte standen einige Teller mit fein belegtem Butterbrot, Gläser und zwei Karaffen mit Sherry. Amra lehnte, einen Fuß leicht über den anderen gestellt, in den Kissen der Ottomane, die von der Fächerpalme beschattet ward, und war schön wie eine warme Nacht. Eine Bluse aus heller und ganz leichter Seide umhüllte ihre Büste, ihr Rock aber war aus einem schweren dunklen und mit großen Blumen bestickten Stoff. Hier und da strich sie mit einer Hand die kastanienbraue Haarwelle aus der schmalen Stirn. Frau Hildebrandt, die Sängerin, saß gleichfalls auf der Ottomane neben ihr. Sie hatte rotes Haar und war im Reitkleide. Gegenüber aber den beiden Damen hatten in gedrängtem Halbkreise die Herren Platz genommen. Mitten unter ihnen der Rechtsanwalt, der nur einen ganz niedrigen Ledersessel gefunden hatte und sich unsäglich unglücklich dann umwand tat er einen schweren Atemzug und schluckte ihn unter, als ob er gegen aufsteigende Übelkeit ankämpfte. Herr Alfred Leutner im Lawn-Tennis-Anzug hatte auf einen Stuhl verzichtet und lehnte schmuck und fröhlich am Kamin, weil er behauptete, nicht so lange ruhig sitzen zu können. Herr Hildebrandt sprach mit wohltönen der Stimme über englische Lieder. Er war ein äußerst solid und gut und schwarz gekleideter Mann und sicherem Auftreten. Ein Hofschauspieler von Bildung, gediegenen Kenntnissen und geläutertem Geschmack. Er liebte es, in ernsten Gesprächen Ibsen, Solar und Tolstoi zu verurteilen, die er die gleichen verwerflichen Ziele verfolgten. Heute aber war er mit Leutseligkeit bei der geringfügigen Sache. Kennen die Herrschaften vielleicht das köstliche Lied »Deads Mariah«?« sagte er. Es ist ein wenig pikant, aber von ganz ungemeiner »Auch wäre dann noch das berühmte« und er brachte noch einige Lieder in Vorschlag, über die man sich schließlich einigte und die Frau Hildebrandt singen zu wollen erklärte. Der junge Maler, ein Herr mit stark abfallenden Schultern und blondem Spitzbart sollte einen Zauberkünstler parodieren, während Herr Hildebrandt beabsichtigte, berühmte Männer darzustellen. Kurz, alles entwickelte sich zum Besten gestellt, als Herr Assessor Witznagel, der über kolante Bewegungen und viele Mensurnarben verfügte, plötzlich aufs Neue das Wort ergriff. »Schön und gut, meine Herrschaften, das alles verspricht in der Tat unterhalten zu werden. Allein ich stehe nicht an, noch eines auszusprechen. Mich düngt, uns fehlt noch etwas, und zwar die Hauptnummer, die Glanznummer, der Clou, der Höhepunkt, etwas ganz Besonderes, ganz Verblüffendes, ein Spaß, der die Heiterkeit auf den Gipfel bringt. Kurz, ich stelle anheim, ich habe keinen bestimmten Gedanken, jedoch meinem Gefühle nach, das ist im Grunde wahr, ließ Herr Leutner vom Kamine her seine Tenorstimme vernehmen. Witznagel hat recht, eine Haupt- und Schlussnummer wäre sehr wünschenswert, denken wir nach. Und während er mit einigen raschen Griffen seinen roten Gürtel zurechtschob, blickte er forschend umher. Der Ausdruck seines Gesichtes war wirklich liebenswürdig. Je nun, sagte Herr Hildebrandt, wenn man die großen Männer nicht als Höhepunkt auffassen will. Alle stimmten dem Assessor bei. Eine besonders scherzhafte Hauptnummer sei wünschenswert. Selbst der Rechtsanwalt nickte und sagte leise, wahrhaftig, etwas hervorragendes Heiteres. Alle versanken im Nachdenken. Und am Ende dieser Gesprächsrunde, die etwa eine Minute dauerte und nur durch kleine Ausrufe des Überlegens unterbrochen ward, geschah das Seltsame. Amra saß in die Kissen der Ottomane zurückgelegt und nagte flink und eifrig wie eine Maus an dem spitzen Nagel ihres kleinen Fingers, während die Gesicht einen ganz eigenartigen Ausdruck zeigte. Ein Lächeln lag um ihren Mund, ein Abwesendes und beinahe irres Lächeln, das von einer schmerzlichen und zugleich grausamen Lüsternheit redete. Und ihre Augen, welche ganz weit geöffnet und ganz blank waren, schweiften langsam zum Kamin hinüber, wo sie für eine Sekunde in den Blicke des jungen Musikers hängen blieben. Christian! Ich schlage vor, dass du zum Schlusse als Schormtöse mit einem rotseidenen Babykleider auftrittst und uns etwas vortanzt. Die Wirkung dieser wenigen Worte war ungeheuer. Nur der junge Maler versuchte gutmütig zu lachen, während Herr Hildebrandt mit steinkaltem Gesicht seinen Ärmel säuberte. Die Studenten husteten und unziemlich laut ihre Schnupftücher gebrauchten. Frau Hildebrandt heftig errötete, was nicht oft geschah, und Assessor Witznagel einfach davonlief, um sich ein Butterbrot zu holen. Der Rechtsanwalt hockte in qualvoller Stellung auf seinem niedrigen Sessel und blickte mit gelbem Gesicht und einem angsterfüllten Lächeln umher, indem er stammelte. Aber mein Gott, ich wohl kaum befähigt, nicht als ob verzeihen sie mir. Alfred Leutner hatte kein sorgloses Gesicht mehr. Es sah aus, als ob er ein wenig rot geworden sei, und mit vorgestrecktem Kopf blickte er in Amras Augen, verstört, verständnislos, forschend. Sie aber, Amra, ohne ihre eindringliche Stellung zu verändern, fuhr mit derselben gewichtigen Betonung zu sprechen, fort. Und zwar solltest du ein Lied singen, Christian, das Herr Leutner komponiert hat, und dass er dich auf dem Klavier begleiten wird. Das wird der beste und wirksamste Höhepunkt unseres Festes sein. Eine Pause trat ein, eine drückende Pause. Dann jedoch ganz plötzlich begab sich das Sonderbare, das Herr Leutner angesteckt gleichsam mitgerissen und aufgeregt, einen Schritt vortrat und zitternd vor einer Art jäher Begeisterung rasch zu sprechen begann. Bei Gott, Herr Rechtsanwalt, ich bin bereit. Ich erkläre mich bereit, Ihnen etwas zu komponieren. Sie müssen es singen, Sie müssen es tanzen. Es ist der einzig denkbare Höhepunkt des Festes. Sie werden sehen, Sie werden sehen. Es wird das Beste sein, was ich gemacht habe und jemals machen werde. In rotseidenem Babykleide. Ach, Ihre Frau Gemahlin ist eine Künstlerin, eine Künstlerin, sage ich. Sie hätte sonst nicht auf diesen Gedanken kommen können. Sagen Sie ja, ich flehe Sie an, willigen Sie ein. Ich werde etwas leisten, ich werde etwas machen, Sie werden sehen. Hier löste sich alles und alles geriet in Bewegung. Sei es aus Bosheit oder aus Höflichkeit, alles begann auf den Rechtsanwalt mit Bitten einzustürmen und Frau Hildebrandt ging so weit, mit ihrer Brünnhildenstimme ganz laut zu sagen, Herr Rechtsanwalt, Sie sind doch sonst ein lustiger und unterhaltsamer Mann. Aber auch er selbst, der Rechtsanwalt, fand nun Worte und ein wenig gelb noch, aber mit einem starken Aufwand von Entschiedenheit sagte er, Hören Sie mich an, meine Herrschaften, was soll ich Ihnen sagen? Ich bin nicht geeignet, glauben Sie mir. Ich besitze ein wenig komische Begabung und abgesehen davon, kurz nein, das ist leider unmöglich. Bei dieser Weigerung beharrte er hartnäckig und da Amra nicht mehr in die Unterhaltung eingriff, da sie mit ziemlich abwesendem Gesichtsausdruck zurückgelehnt saß und da auch Herr Leutner kein Wort mehr sprach, sondern in tiefer Betrachtung auf eine Arabeske des Teppichs starrte, so gelang es Herrn Hildebrandt dem Gespräche eine andere Wendung zu geben und bald darauf löste sich die Gesellschaft auf, ohne über die letzte Frage zu einer Entscheidung gelangt zu sein. Am Abend des nämlichen Tages jedoch, als Amra schlafen gegangen war und mit offenen Augen lag, trat schweren Schrittes ihr Gatte ein, zog einen Stuhl an ihr Bett, ließ sich nieder und sagte leise und zögernd, Höre, Amra, um offen zu sein, so bin ich von Bedenken bedrückt. Wenn ich heute den Herrschaften allzu abweisend begegnet bin, wenn ich sie vor die Stirn gestoßen habe, Gott weiß, dass es nicht meine Absicht war, oder solltest du ernstlich der Meinung sein, ich bitte dich. Amra schwieg einen Augenblick, während ihre Brauen sich langsam in die Stirn zogen. Dann zuckte sie die Achseln und sagte, ich weiß nicht, was ich dir antworten soll, mein Freund. Du hast dich betragen, wie ich es niemals von dir erwartet hätte. Du hast dich mit unfreundlichen Worten geweigert, die Aufführungen durch deine Mitwirkung zu unterstützen, die, was dir nur schmeichelhaft sein kann, von allen für notwendig gehalten wurde. Du hast alle Welt, um mich eines gelinnten Ausdrucks zu bedienen, aufs schwerste enttäuscht und du hast das ganze fest durch deine raue Ungefälligkeit gestört. Während hatte den Kopf sinken lassen und schwer atmend sagte er Nein, Amra, ich habe nicht ungefällig sein wollen, glaube mir das, ich will niemanden beleidigen und niemanden missfallen und wenn ich mich hässlich benommen habe, so bin ich bereit, es wieder gut zu machen. Es handelt sich um einen Scherz, eine Mummerei, einen unschuldigen Spaß, warum nicht? Ich will das fest nicht stören, ich erkläre mich bereit. Am nächsten Nachmittag fuhr Amra wieder einmal aus, um Besorgungen zu machen. Sie hielt in der Holzstraße Nummer 78 und stieg in das zweite Stockwerk hinauf, wo selbst man sie erwartete. Und während sie hingestreckt und aufgelöst in Liebe seinen Kopf an ihre Brust drückte, flüsterte sie mit Leidenschaft, setze es vierhändig, hörst du? Wir werden ihn miteinander begleiten, während er singt und tanzt. Ich, ich werde für das Kostüm sorgen. Und ein seltsamer Schauer, ein unterdrücktes und krampfhaftes Gelächter ging durch die Glieder Beider. Jedem, der ein Fest zu geben wünscht, eine Unterhaltung größeren Stils im Freien, sind die Lokalitäten des Herrn Wendelin am Lerchenberge aufs Beste zu empfehlen. Von der anmutigen Vorstadtstraße aus betritt man durch ein hohes Gattertor den parkartigen Garten, der dem Etablissement zugehört, ohne dessen Mitte die weitläufige Festhalle gelegen ist. Diese Halle, die nur ein schmaler Durchgang mit dem Restaurant, der Küche und der Brauerei verbindet und die aus lustig bemaltem Holz in einem drolligen Stilgemisch aus Chinesisch und Renaissance erbaut ist, besitzt große Flügeltüren, die man bei gutem Wetter geöffnet halten kann, um den Atem der Bäume herein zu lassen und fast eine Menge von Menschen. Heute wurden die heranrollenden Wagen schon in der Ferne von farbigem Lichtschimmer begrüßt. Denn das ganze Gitter, die Bäume des Gartens und die Halle selbst waren dicht mit bunten Lampions geschmückt. Und was den inneren Festsaal betrifft, so bot er einen wahrhaft freudigen Anblick. Unterhalb der Decke zogen sich starke Girlanden hin, an denen wiederum zahlreiche Papierlaternen befestigt waren, obgleich zwischen dem Schmuck der Wände, der aus Fahnen, Strauchwerk und künstlichen Blumenbestand, eine Menge elektrischer Glühlampen hervorstrahlten, die den Saal aufs Glänzende beleuchteten. An seinem Ende befand sich die Bühne, zu deren Seiten Blattpflanzen standen und auf deren rotem Vorhang ein von Künstlerhand gemalter Genius schwebte. Vom anderen Ende des Raumes aber zogen sich fast bis zur Bühne hin die langen mit Blumen geschmückten Tafeln, an denen die Gäste des Rechtsanwalts Jakobi sich in Frühlingsbier und Kalbsbraten gütlich taten. Juristen, Offiziere, Kaufherren, Künstler, hohe Beamte nebst ihren Gattinnen und Töchtern, mehr als hundert und fünfzig Herrschaften sicherlich. Man war ganz einfach, in schwarzem Rock und halbheller Frühlingstoilette erschienen, denn heitere Ungezwungenheit war heute das Gesetz. Die Herren liefen persönlich mit den Krügen zu den großen Fässern, die an der einen Seitenwand aufgestellt waren, und in dem weiten, bunten und lichten Raume, den der süßliche und schwüle Festdunst von Tannen, Blumen, Menschenbier und Speisen erfüllte, schwirrte und toste das Geplapper, das laute und einfache Gespräch, das helle, höfliche, lebhafte und sorglose Gelächter aller dieser Leute. Der Rechtsanwalt saß unförmig und hilflos am Ende der einen Tafel, nahe der Bühne. Er ertrank nicht viel und richtete hier und da ein mühsames Wort an seine Nachbarin, die Regierungsrätin Havermann. Er atmete widerwillig mit hängenden Mundwinkeln und seine verquollenen trübe wässerigen Augen blickten unbeweglich und mit einer Art schwermütiger Befremdung in das fröhliche Treiben hinein, als läge in diesem Festdunst in dieser geräuschvollen Heiterkeit etwas unsäglich Trauriges und Unverständliches. Nun wurden große Torten herumgereicht, wozu man anfing, süßen Wein zu trinken und reden zu halten. Herr Hildebrandt, der Hofschauspieler, feierte das Frühlingsbier in einer Ansprache, die ganz aus klassischen Zitaten, ja, auch aus griechischen bestand. Und Assessor Witznagel toastete mit seinen kulantesten Bewegungen in der feinsinnigsten Weise auf die anwesenden Damen, indem er aus der nächsten Vase und vom Tischtuch eine Handvoll Blumen nahm und jeder davon eine Dame verglich. Amra Jakobi aber, die ihm in einer Toilette aus dünner gelber Seide gegenüber saß, ward die schönere Schwester der Teerose genannt. Gleich darauf strich sie mit der Hand über ihren weichen Scheitel, hob die Augenbrauen und nickte ihrem Gatten ernsthaft zu, worauf der dicke Mann sich erhob und beinahe die ganze Stimmung verdorben hätte, indem er in seiner peinlichen Art mit hässlichem Lächeln ein paar armselige Worte stammelte. Nur ein paar künstliche Bravos wurden laut und einen Augenblick herrschte bedrücktes Schweigen. Alsbald jedoch trug die Fröhlichkeit wieder den Sieg davon und schon begann man auch, sich rauchend und ziemlich bezecht zu erheben und eigenhändig unter großem Lärm die Tische aus dem Saale zu schaffen, denn man wollte tanzen. Es war nach elf Uhr und die Zwanglosigkeit war vollkommen geworden. Ein Teil der Gesellschaft war in den bunt beleuchteten Garten hinaus geströmt, um frische Luft zu schöpfen, während ein anderer im Saale verblieb, in Gruppen beisammen stand, rauchte, plauderte, Bier zapfte, im Stehen trank. Da erscholl von der Bühne ein starker Trompetenstoß, der alles in den Saal berief. Musiker, Bläser und Streicher waren eingetroffen und hatten sich vom Vorhang niedergelassen. Stuhlreihen, auf denen rote Programme lagen, waren aufgestellt worden, und die Damen ließen sich nieder, während die Herren hinter ihnen oder zu beiden Seiten sich aufstellten. Es herrschte erwartungsvolle Stille. Dann spielte das kleine Orchester eine rauschende Overtüre. Der Vorhang öffnete sich. Und siehe, da stand eine Anzahl scheußlicher Neger in schreienden Kostümen und mit blutroten Lippen, welche die Zähne fletschten und ein barbarisches Geheul begannen. Diese Aufführungen bildeten in der Tat den Höhepunkt von Amras fest. Begeisterte Applaus brach los und Nummer für Nummer entwickelte sich das klug komponierte Programm. Frau Hildebrand trat mit einer gepuderten Perücke auf, stieß mit einem langen Stock auf den Fußboden und sang überlaut »Deds Mariah«. Ein Zauberkünstler erschien in Orden bedecktem Frack, um das Erstaunlichste zu vollführen. Herr Hildebrandt stellte Goethe, Bismarck und Napoleon zum Erschrecken ähnlich dar und Redakteur Dr. Wiesensprung übernahm im letzten Augenblick einen humoristischen Vortrag über das Thema »Das Frühlingsbier in seiner sozialen Bedeutung«. Am Ende jedoch erreichte die Spannung ihren Gipfel, denn die letzte Nummer stand bevor. Diese geheimnisvolle Nummer, die auf dem Programm mit einem Lorbeerkranzer eingerahmt war und also lautete »Luischen«, Gesang und Tanz, Musik von Alfred Leutner. Eine Bewegung ging durch den Saal und die Blicke trafen sich. Als die Musiker ihre Instrumente beiseite stellten und Herr Leutner, der bislang schweigsam und die Zigarette zwischen den gleichgültig aufgeworfenen Lippen an einer Tür gelehnt hatte, zusammen mit Amra Jakobi an dem Piano Platz nahm, das in der Mitte vorm Vorhang stand. Sein Gesicht war gerötet und er blätterte nervös in den geschriebenen Noten, während Amra, die im Gegenteil ein wenig blass war, einen Arm auf die Stuhllehne gestützt, mit einem lauernden Blick ins Publikum sah. Dann erscholl, während alle Hälse sich reckten, das scharfe Klingelzeichen. Herr Leutner und Amra spielten ein paar Takte belangloser Einleitung. Der Vorhang rollte empor, Luischen erschien. Ein Ruck der Verblüffung und des Erstarrens pflanzte sich durch die Menge der Zuschauer fort, als diese traurige und grässlich aufgeputzte Masse in mühsamen Bärentanzschritt hereinkam. Es war der Rechtsanwalt. Ein weites faltenloses Kleid aus blutroter Seide, welches bis zu den Füßen hinabfiel, umgab seinen unförmigen Körper und dieses Kleid war ausgeschnitten, sodass der mit Mehlpuder betupfte Hals widerlich frei lag. Auch die Ärmel waren an den ganz kurz gepufft, aber lange hellgelbe Handschuhe bedeckten die dicken und muskellosen Arme, während auf dem Kopfe eine hohe semmelblonde Lockenkor Föhres saß, auf der eine grüne Feder hin und wieder wankte. Unter dieser Perücke aber blickte ein gelbes, verquollenes, unglückliches und verzweifelt munteres Gesicht hervor, dessen Wangen beständig in mitleiderregender Weise auf- und niederbebten und dessen kleine, rotgeränderte Augen, ohne etwas zu sehen, angestrengt auf den Fußboden niederstarrten, während der dicke Mann sich mühsam von einem Bein auf das andere warf, wobei er entweder mit beiden Händen sein Kleid erfasst hielt oder mit kraftlosen Armen beide Zeigefinger im Probe und mit gepresster und keuchender Stimme sang er zu den Klängen des Pianos ein albernes Lied, ging nicht mehr als jemals von dieser jammervollen Figur ein kalter Hauch des Leidens aus, der jede unbefangene Fröhlichkeit tötete und sich für ein unabwendbarer Druck peinvoller Missstimmung über diese ganze Gesellschaft legte Das nämliche Grauen lag im Grunde aller der zahllosen Augen die sich wie gebannt geradeaus auf dieses Bild richteten auf dieses Paar am Klaviere und auf diesen Ehegatten dort oben Der Stille unerhörte Skandal dauerte wohl fünf lange Minuten Dann aber trat der Augenblick ein den niemand der ihm beigewohnt während der Dauer seines Lebens vergessen wird vergegenwärtigen wir uns was in dieser kleinen furchtbaren und komplizierten Zeitspanne eigentlich vor sich ging man man das lächerliche couplet das Loisien betitelt ist und man erinnert sich ohne Zweifel der Zeilen welche lauten den Walzer Tanz und auch die Polke hat keine noch wie ich vollführt ich bin Loisien aus dem Volke die manches Männer Herz gerührt dieser unschönen und leichtfertigen Verse die den Refrain der drei ziemlich langen Strophen bilden nun wohl bei der Neukomposition dieser Worte hatte Alfred Leutner sein Meisterstück vollbracht in dem er seine Manier inmitten eines vulgären und komischen Machwerkes durch ein plötzliches Kunststück der hohen Musik zu verblüffen auf die Spitze getrieben hatte Die Melodie die sich in Zistur bewegte war während der ersten Strophen ziemlich hübsch und ganz banal gewesen Zu Beginn des zitierten Refrains wurde das Zeitmaß belebter und Dissonanzen traten auf die durch das immer lebhaftere Hervorklingen eines Haar einen Übergang nach Fistur erwarten ließen Diese Disharmonien komplizierten sich bis zu dem Worte voll führt und nachdem Ich Bin das die Verwicklung und Spannung vollständig machte musste eine Auflösung nach Fistur hin erfolgen stattdessen geschah das Überraschendste durch eine jähe Wendung nämlich vermittelst eines nahezu genialen Einfalles schlug hier die Tonart nach F-Dur um und dieser Einsatz der unter Benutzung beider Pedale auf der lang ausgehaltenen zweiten Silbe des Wortes Luischen erfolgte war von unbeschreiblicher von ganz unerhörter Wirkung Es war eine vollkommen verblüffende Überrumpelung Eine jähe Berührung der Nerven die den Rücken hinunterschauerte Es war ein Wunder eine Enthüllung einen ihrer Plötzlichkeit fast grausame Entschleierung ein Vorhang der zerreißt Und bei diesem F-Dur Akkord hörte der Rechtsanwalt Jakobi zu tanzen auf Er stand still Er stand inmitten der Bühne wie angewurzelt Beide Zeigefinger noch immer erhoben Einen ein wenig niedriger als den anderen Das I von Loischen brach ihm vom Munde ab Er verstummte Und während fast gleichzeitig auch die Klavierbegleitung sich scharf unterbrach starrte diese abenteuerliche und grässlich lächerliche Erscheinung dort oben mit tierisch vorgeschobenen Kopf und entzündeten Augen gerade aus Er starrte in diesen geputzten hellen und menschenvollen Festsaal hinein in dem wie eine Ausdünstung aller dieser Menschen der fast zur Atmosphäre verdichtete Skandal lagerte Er starrte in alle diese erhobenen verzogenen und scharf beleuchteten Gesichter in diese hunderte von Augen die alle sich mit dem gleichen Ausdruck von Wissen auf das Paar dort unten vor ihm und auf ihn selbst richteten Er ließ während eine furchtbare von keinem laut unterbrochene Stille über allen lagerte seine immer mehr sich erweiternden Augen langsam und unheimlich von diesem Paar auf das Publikum und von dem Publikum auf dies Paar wandern eine Erkenntnis schien plötzlich über sein Gesicht zu gehen ein Blutstrom ergoss sich in dieses Gesicht um es rot wie das Seidenkleid aufquellen zu machen und es gleich darauf wachsgelb zurück zu lassen und der dicke Mann brach zusammen dass die Bretter krachten während eines Augenblicks herrschte die Stille fort dann wurden Schreie laut Tumult entstand ein paar beherzte Herren darunter ein junger Arzt sprangen vom Orchester aus auf die Bühne der Vorhang ward herabgelassen Amra Jakobi und Alfred Leutner saßen voneinander abgewandt noch immer am Klavier er gesenkten Hauptes schien noch seinem Übergang nach F-Dur nachzuhorchen sie unfähig mit ihrem Spatzenhirn so rasch zu begreifen was vor sich ging blickte mit vollkommen leerem Gesichte um sich her gleich darauf erschien der junge Arzt aufs Neue im Saal ein kleiner jüdischer Herr mit ernstem Gesicht und schwarzem Spitzbart einigen Herrschaften die ihn an der Tür umringten antwortete er achselzuckend aus schwarze 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 schwarze